Notizen eines Wissenden? Notizen eines Pissenden. Och, nee! Auf zu einer gemütlichen neuen Runde Witcher 3 und Marco guckt mich total verstört an, weil er noch am Trinken war. Ich bin am Trinken, Schinken am Trinken und plötzlich fängt sie an zu sprechen. Alter! Alter! Wie kann ich das nur tun? Alter, geil, guck mal, ich bin Mettwurst, geil. Kartoffelbovist. Ich dachte immer, es wäre ein Kartoffelbovist. Das klingt wie so eine politische Einstellung. Ich bin Kartoffelbovist. Kartoffelbolschewist. Es kann sein, dass ich mir das einbilde, aber ich glaube halt, ihr Kleid vorne ist so locker, dass man hin und wieder eine Nippel zieht. Ja, ja, ich glaube auch, aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist oder ob das jetzt irgendwie versehen ist. Das weiß man bei den Promis auch immer nicht. Wie sie tut, als hätte sie die Situation total unter Kontrolle, aber ihr Nippel guckt raus. Ja, vielleicht ist das ja in Form der Kontrolle. Nun. Weißt du, dass wir Krankheiten die übertragen? So, eins von zwei haben wir. Stimmt, keine Schlimmeren als du. Wir werden uns, wenn wir hier... Ja. Wir werden uns, wenn wir hier wieder raus sind, definitiv um Katze kümmern. Ne? Um die Katze kümmern, die hat nämlich Hunger. Wir machen, wir essen geben, alles wichtige Sachen, die man als Hexer nicht vergessen darf. Bella Glam. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Wie sie mir damit voll auf die Nerven geht. Ja, irgendwie schon. Dauernd diesen Satz zu rufen. Vielen Dank für deine Hilfe. Und man nicht weiß, warum sie es tut. Was für eine Plackerei. Eine Art von zauberer Tourette. In Wahrheit, in Deutsch übersetzt, ruft sie halt so, Arsch, Arsch. Er hat gerade irgendwas von Salat gerufen. Er ist Vegetarier und er hasst Menschen, die keinen Salat essen. Ja. Ja, warum nicht, ne? Ohne jetzt spoilern zu wollen, das hat auf jeden Fall Vorteile, das zu tun. Ja, ich helfe. Wunderbar, dann komm. Was für Vorteile. Ich meine, die Lampe. Ach so. Geil. Hat die auch an Bustickets sparen, ne? Was? Übrigens, hast du dich schon mal gefragt, warum die ganzen Magierinnen und Zauberinnen alle so wunderschön sind? Das sind bestimmt auch Zauber. Richtig. Wenn ich zaubern könnte, würde ich das auch machen. Ich würde die Zauber, glaube ich, nur benutzen, um mich damit zu rasieren, weil das schneller geht. Ich würde mir den Speck wegzaubern. Ich auch. Ganz viel essen. Den, der in meinem Bart hängen bleibt. Och, ne. Das war übrigens ein Gitz. Mit Speck fängt man Mäuse. Pass auf. Och, ne. So. Ja gut, ich brauche bald eine neue. Es hört nicht auf, oder? Es wird wieder zu einer Kette. Lass uns lieber mal. Ja, ja. Du sagtest, du hättest eine Bitte an dich. Kuss nicht. Das wird ein Zungenkuss. Mh. Er kriegt Rumlecken gleich eine ganz andere Bedeutung. Au, au, au. Erstmal überleben, Öl. Äh, überleben. Überleben, Öl. Warum hat er sich gerade Zeitrufe... Nein! Der hat Gedärme verloren. Ja, ich glaube... Ja, irgendwie sind alle heute nicht so gut darin, den richtigen Weg zu finden. Auch das Pferd nicht. Was machst du da? Es frisst sich satt an den Kräutern von Kera. Und jetzt steigt es auf den Baum. Steigt Kera aufs Dach. Du hast deine Mutter getötet. Oh, die hängen getöteten. Krass. Du hattest sie schon. Ja, aber die eigentlichen gefährlichen sind halt die Wasserzütteln. Ja, aber die sind Level 4. Also die... Das kann nicht sein. Die musst du tot kriegen. Oh. Da kannst du dich nicht verkehren, indem du sagst... Weiter so plötzlich. Da sind wir noch zu schwach für. Für welche, die zwei Level untertätten sind. Ja, aber es sind vier Level 4-Typen. Also eigentlich sind sie Level 16. Ist doch logisch. Ja. Wir müssen leider warten, bis Geralt sich dreimal geklont hat. Dann können wir gegen sie kämpfen. Da sind wir noch zu wenige für. Jetzt speichern wir sie. Außerdem müssen wir das Raketensilo erforschen, um von dem Planeten wegzukommen, oder? Das war doch die Aufgabe hier in Witcher. Nicht Knödel! Im Badezimmer. Wird sich mit dem Knödel einreiben. Knödel oben aufs Schwert stecken. Wie schnell ist er und waren mit einem Pferd gefahren? Und dann hat er auch noch die Handynummer vom ADAC vergessen. Was willst du jetzt eine Reihe bilden? Mit deinen Eingeweiden, oder? Eingeweide, Reihe bilden. Und alchemische Störpaste. Passte. Und alchemische Störpaste. Ich würde dich einfach mal bitten, jetzt gleich, wenn das losgeht, der Versuchung zu widerstehen und nicht auf die Sexszene hinzuarbeiten. Was? Was? Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr harter, wie soll ich sagen? Harter Wunsch. Eine sehr, sehr schwierige Bitte, ich weiß. Aber ich würde mich sehr interessieren, ob das irgendwie was bringt. Auch wenn mir die Augen trennen. Du kannst dir die Szene ja dann auf YouTube angucken, woanders. Okay, also ich nehme jetzt mal das Unterste und werde einfach darauf hinarbeiten, dass es nicht zu Sex kommt. Genau. Auch ein Satz, den man im Echten nimmt. Egal. Oh ja, sie muss nicht sterben. Yay. Ich meine, wir haben jetzt praktisch natürlich umsonst, kann man sagen, die Sexszene verzichtet. Nicht so schlimm. Die war jetzt aber auch nicht so toll. Okay. Vor allem können wir dann am Ende des Spiels sagen, wir waren treu zu Yennefer. Ja, wenn du jetzt noch weitere Sexszene ausschlagen willst. Wir waren in einem Fall treu zu Yennefer. Geht doch auch, oder? Ja. Ähm. Geht doch auch, oder? Vielen Dank.